Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von eurer Alphawölfin. Ja, heute geht es wieder um eine Quest und zwar eine Quest mit Bastian. Der Herr, der jetzt im Hintergrund steht und mit dem werden wir jetzt erstmal reden. Ich habe über meine Schwester Clarene nachgedacht. Welchen Grund hatte Fürst Silveldin, mir vor all diesen Jahren zu erzählen, sie wäre tot? Warum wurde ich nach dem Tod meiner Mutter nicht zu ihr gebracht? Ich glaube, es ist Zeit, dass ich ein paar Antworten bekomme. Ich kenne offensichtlich nur einen Teil der Geschichte. Was möchtet ihr unternehmen? Da ich nun weiß, dass Clarene noch lebt, will ich sie treffen. Ich hege keine großen Erwartungen, aber ich brauche ein paar Antworten. Ich will damit anfangen, dass ich ihrem Gatten einen Besuch abstatte, Graf Auzin. Er ist ein bekannter Adliger, der oft im Zuge von Reichsgeschäften in Wegesruhe ist. Warum wenden wir uns an ihn? Clarene hatte jahrzehntelang Zeit, an mich heranzutreten. Entweder weiß sie nicht, dass ich noch am Leben bin, oder sie will nichts mit mir zu tun haben. So oder so könnte meine Rückkehr nicht willkommen sein. Ich sollte die Sache behutsam angehen. Würdet ihr mit mir nach Wegesruhe kommen? Ich werde nach Wegesruhe gehen und euch helfen, ein paar Antworten zu finden. Wenn Graf Auzin in Wegesruhe ist, finden wir ihn wahrscheinlich im Gasthaus zur trüben Neige. Adlige auf Besuch kommen oft dort unter. Ich hoffe, er kann mir mehr sagen. Nach dem, was ich über die Wünsche meiner Mutter auf dem Totenbett erfahren habe, weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Habt ihr irgendwelche Erinnerungen an eure Schwester? Habe ich nicht. Ich weiß, dass sie ungefähr 18 Jahre älter ist als ich. Ich war ein Nachzügler. Laut Inaliad, der Dienerin meiner Mutter, heiratete Klerene schon kurz nach meiner Geburt Elm und Auzin. Kurz vor dem Niedergang des Hauses Hallex. Hätte eure Schwester nicht versucht, euch zu finden, nachdem eure Mutter gestorben war? Das ist die Frage, nicht wahr? Warum hat sie mich zu den Silvelts geschickt? War ihre eigene Lage so brenzlig? Wollte sie sich nicht um ein Kind kümmern? Oder vielleicht ist sie tot. Es ist möglich, dass sich Inaliad geirrt und Fürst Selvel mir die Wahrheit gesagt hat. Was wisst ihr über Graf Auzin? Ich habe seinen Namen ein, zwei Male gehört. Meistens dann, wenn Fürst Selvel und seine Besucher über Gerüchte bei Hofer sprachen. Die Auzins sind ein niederes Haus mit Ländereien im Umland von Sturmhafen. Elm und Auzin soll zumindest weithin respektiert sein. Meint ihr, er wird sich mit euch treffen? Ich wüsste nicht, warum er es nicht tun sollte. Der Makel des Hallex-Namens sorgt zwar für Unwohlsein bei anderen Adligen, doch das liegt viele Jahre zurück. Vielleicht weiß er nichts von den Arrangements meiner Mutter und könnte sehr überrascht sein, nun zu erfahren, dass er einen Schwager hat. Ich hoffe, ihr findet Antworten. Ich lausche. Was habt ihr auf dem Herzen? Irgendwas hat er jetzt gerade ganz schnell weggeklickt. Ich weiß aber leider nicht, was. Achso, ich wollte euch allerdings noch zeigen. Ja, ja, ja. Nein, das wollte ich auch nicht. Ich wollte das Gefährtenmenü. Ich kriege es heute noch mal irgendwann auf die Reihe. Ich wollte euch nur eben zeigen, dass wir jetzt hier bei dem Stand sind. Ich habe gerade, also hier unten steht jetzt, Bastian bewundert euch sehr. Wir wollen natürlich irgendwann auf vertraut kommen, keine Frage. Und die Quest habe ich erreicht, als ich auf Level 6 bei der Krieger-Gilde und der Magier-Gilde gekommen bin. Das heißt, ab dem Level, denke ich mal, werdet ihr die Quest dann auch erhalten können. So, wir werden jetzt erstmal nach Wegesruh reisen. So, ich muss mal schauen, weil die Karte, die zoomt immer so blöd, nachdem ich alles umgestellt habe. Hier oben ist das, ne? Ähm. Ich benutze jetzt auch einen Komplett. Naja, Bastian, ganz ehrlich, also wir haben ja ein Ziel, ne? Immerhin ist das ein Ziel, wo es hier um dich geht. Also, da könntest du dich mal mit deinen Sprüchen ein bisschen zurücknehmen. Ich benutze übrigens, wem es aufgefallen ist, ein komplett neues Interface. Achso, das war hier. Okay. Ich kann euch das auch mal eben kurz sagen. Und zwar benutze ich dieses Bandits UI. Nur, dass ihr das mal gesehen habt, falls ihr euch dafür interessiert. Dann sieht das Ganze nämlich so aus, wenn ich zum Beispiel... Ich hab's so eingestellt, dass es nur kommt, wenn ich sprint. Bringt ihr Neuigkeiten? Oder seid ihr hier, um eine Forderung zu übermitteln? Er sieht aufgebracht aus. Ja, mit euch wollte ich jetzt gerade nicht sprechen. Vielleicht solltet ihr mit ihm sprechen. Ja, 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 ja. Man darf hier nichts zeigen. So ist das heutzutage. Das ist kein sonderlich guter Zeitpunkt, Fremde. Geht eures Weges. Es sei denn, ihr bringt irgendeine neue Kunde über meine Frau. Neuigkeiten über eure Gattin? Was geht da vor sich? Sie wurde von Sklavenjägern gefangen genommen. Klerene war auf dem Weg, eine Freundin bei Köglin zu besuchen, als sie angegriffen wurde. Zum Glück konnte eine ihrer Wachen die Sklavenjäger zur Mine von Köglin verfolgen. Ich muss sofort eine Rettung organisieren. Nennt euer Begehr. Schnell! Ich bin im Auftrag von Bastian Hallix hier. Er sucht seine Schwester. Bastian Hallix? Das ist er doch dort drüben, oder? Er sieht genau wie sein Vater aus. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... Klerene glaubt, dass er als Kleinkind starb. Nach dem Skandal um ihre Familie hielt ich es für besser, sie vom Hallix-Namen zu distanzieren. Ihr habt ihr erzählt, Bastian wäre tot? Ich fürchte schon. Und ich habe den Silvels gesagt, sie sollen Bastian in dem Glauben lassen, er hätte keine Familie mehr. Es war der sicherste Weg. Bestrafen mich die Götter jetzt für diese Entscheidung? Ist es meine Schuld, dass Klerene... Halt! Ihr und Hallix seht mir wacker aus. Ihr könnt sie retten. Jaja, Moment. Erstmal ruhig mit den Pferden hier, ne? Wie konnte es denn sicherer sein, Bastian von seiner Schwester fernzuhalten? Nach Fürst Hallix Verrat setzten sich einige der Berater des Königs dafür ein, die gesamte Familie hinrichten zu lassen, damit jede Bedrohung für den König ausgemerzt war. Der einzig sichere Weg, um zu überleben, bestand darin, die Beamten des Königs zu überzeugen, dass es keine Familie Hallix mehr gab. Sicher wussten die Beamten des Königs doch, dass Clarence die Tochter von Fürst Hallix ist. Ja, natürlich wussten sie das. Ich musste sie überzeugen, dass meine neue Gattin empört über die Taten ihres Vaters war und den Namen Hallix verabscheute. Nicht nur Klerene war in Gefahr. Mein eigenes Haus hätte ebenfalls im Verdacht stehen können, aus Verrätern zu bestehen. Habt ihr euch selbst geschützt oder Klerene? Eure Unterstellung gefällt mir gar nicht. Ich liebe Klerene und ich fürchtete um ihr Leben. Doch ja, ich musste auch an meinen eigenen Titel und meine eigene Familie denken. Ich trug meinen Titel erst seit kurzem und es wäre unverantwortlich gewesen, nicht auch an die Sicherheit des Hauses Outzin zu denken. War Fürst Sylville in eure Intrige eingeweiht? Sie gefiel ihm nicht besonders. Er war ein treuer Loyalist und betrachtete Fürst Hallix Intrige gegen den Großkönig als persönliche Beleidigung. Es brauchte schon außerordentliche Anreize, um ihn zu überzeugen, den jungen Bastian aufzunehmen. Was für Anreize? Ich, nun ja, habe ihn bestochen. Fürstin Hallix hatte ein beachtliches Vermögen in Form von Juwelen aus ihrer Mitgift beiseitegelegt, um für Bastians Ausbildung und Erziehung zu bezahlen. Ich riet Fürst Sylville, er könnte ein kluger Verwalter dieses Vermögens sein. Ja, ja. So, so. Bleibst du aber stehen? Ihr habt eure eigene Frau glauben lassen, ihr Bruder wäre tot? Ich entschied mich vor Jahren, als ich jung war und meinen Titel noch nicht lange hielt und frisch vermehlt mit einer Frau war, die ich nur schützen wollte. Ihr habt ein kleines Kind Fremden überlassen! Sie haben mich als einen Dienstboten großgezogen! Sie sollten das Vermögen, das ihr hattet, für eure Ausbildung einsetzen und euch zu einem Edelmann erziehen. Es hätte ihre Entscheidung sein sollen, nicht eure! Pah! Ich werde meine Schwester finden, um ihretwillen, nicht euretwillen! Graf Auzin hat Clarene erzählt, ich wäre tot? Und er hatte sich mit Fürst Sylville verschworen, um mich auch im Unklaren zu lassen? Welches Leben hätte ich wohl gehabt, wenn diese Feiglinge meiner Schwester und mir einfach nur die Wahrheit erzählt hätten? Der Graf sagt, er tat es, um seine Frau zu schützen. Und euch. Ich... Ich schätze, das kann ich verstehen. Wenn die Wahl darin bestand, eine Lüge zu leben, oder meine Schwester vielleicht an den Geigen zu verlieren, hat Auzin die richtige Entscheidung getroffen. Es ist keine Feigheit, wenn das Leben eines geliebten Menschen auf dem Spiel steht. Und es ist klar, dass er jetzt um Clarene bangt. Graf Auzin sagte, die Sklavenjäger werden in der Mine von Kuiglin. Ich kenne den Ort. Banditen und Gesetzlose nisten sich oft dort ein. Ich werde den Rest später klären, sobald wir für Clarenes Sicherheit gesorgt haben. Ich könnte es nicht ertragen, so kurz davor zu sein, sie zu finden, nur um sie doch noch zu verlieren. Dann auf zur Mine von Kuiglin. Fürst Sylville hat mehr als einmal zu mir gesagt. Ich sollte dankbar sein, dass er mich nicht einfach in irgendeinem Waisenhaus abliefert. Aber diese ganze Angelegenheit mit ihren begrabenen Geheimnissen und absichtlichen Lügen macht mich wütend. Ungeachtet der Gründe dafür. Glaubt ihr Graf Auzins Geschichte? Es ergibt Sinn, dass der Graf meine Schwester beschützen wollte. Das könnte ich ihm fast vergeben. Doch ich vermute, er hatte auch Interesse daran, seinen eigenen guten Namen zu schützen. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er sich anders entschieden hätte. Haben die Sylvells euch schlecht behandelt? Nein. Es ist mir sehr viel besser ergangen, als in einem Waisenhaus. Doch ich war nicht Teil der Familie und auch nie wirklich Teil der Dienerschaft. Wenn ich euch nicht getroffen hätte, hätte ich wohl den Rest meines Lebens damit verbracht, mich um die Interessen der Sylvells zu kümmern. Ohne je wirklich irgendwo dazuzugehören. Ja, dann, ich dachte, da kommt noch was, aber dann machen wir uns mal auf. So, wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ach, da oben. Okay, dann reiten wir los und sehen überhaupt nichts, weil ich auf der Karte hier gar nichts mehr sehen kann. Ich finde es wieder geil. Ja, ja, ich passe immer auf, was ich tue. Da unten war es, glaube ich. Da. So, Koeklin, genau. Reisen wir da hin. Ja, meine ich doch. Das zeigt irgendwie jetzt nicht mehr in der Karte an. Das ist ein bisschen seltsam. Seitdem ich das verwende, ist nicht alles so hundertprozentig. Aber gut. Doch jetzt, wo wir näher dran sind, jetzt kommt ein Kreis. Okay. Ja, meine lieben Wölfe. Ich tue euch nichts. Keine Sorge. Das scheint der richtige Ort zu sein. Ich neige eigentlich nicht zum Beten. Doch ich bete... Mussten die immer reden, wenn man gerade irgendwo reingeht? Es ist schrecklich. Okay. Hier kann man nichts Neues mehr lesen. Gut. Wir müssen zum Ende. Das werden wir tun. Aber ein bisschen schneller. Als wir es normalerweise tun. War das nicht... Ne, das war nicht das mit den Spinnen. Das sah so ähnlich aus. Ist hier keiner da? Moment, hier ist abgeschlossen. Es war so klar. Wenn man mal denkt, dass man irgendwo mal eben schnell durchkommt, dann ist die Tür natürlich abgeschlossen. Da war ein Sack, aber das ist mir egal. Guten Tag und auf Wiedersehen. Gräfin, Gräfin. Aber ich muss mal eben die Truhe machen. Ich hab gerade keine Zeit. Komm, Scheiß. Wie, vergesst es? Na gut. Okay. Begleiten wir euch mal raus. Kein Thema. Ich glaube, darum ist kürzer. Genau. Wenn wir denn nur durchkämen. Hier gibt es noch was zum Lesen. So, ja, perfekt. Musst mal quasi nichts machen. So kann man es natürlich auch machen. So, ich bin echt mal gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht. Ich werde natürlich das Ganze auch mit Miri verfolgen. Wenn sie denn irgendwann soweit ist. Aber ich werde erst mal Bastian weiterleveln. Weil der mir doch, ehrlich gesagt, mehr am Herzen liegt. Ich passe es nicht, dass ich frei bin. Wie kann ich meinen Galantenrettern danken? Ja, indem du mal stehen bleibst und mit mir redest. Hallo. Ich bin Gräfin Clarene Auzin. Ich hatte gehofft, die Truppen meines Gatten würden mich aus dieser grässlichen Mine retten. Doch euch kenne ich gar nicht. Wie dem auch sei, ihr habt meine zutiefst empfundene Dankbarkeit, Fremde. Woher wusstet ihr, wo ihr mich findet? Graf Auzin hat uns von der Gefahr erzählt, in der er geschwebt hat. Hat er? Oh, ich hatte gebetet, dass eine der Wachen es schafft, zu ihm durchzukommen. Elmond muss... Das ist... Es tut mir leid, aber... Euer Gefährte... Wer ist er? Er sieht genau wie jemand aus, den ich vor langer Zeit kannte. Mein Gefährte ist Bastian Hallix. Was? Wie kann das sein? Bastian? Mein kleiner Bruder? Ich dachte, er wäre tot. Bei den acht. Natürlich kommt er mir bekannt vor. Er kommt nach unserem Vater. Oh, entschuldigt bitte. Ich bin richtig überwältigt. Naja, aber die rötlichen Haare, die liegen ja in der Familie, ne? Ihm wurde auch gesagt, dass ihr tot seid. Sieh ihn sich einer an. Er war so klein, als ich unser Haus verließ. Unsere Eltern waren so begeistert, so spät in ihrer Ehe noch ein Kind zu bekommen. Wo war er denn all die Jahre? Wie konnte er mich jetzt finden? Unterhaltet ihr beiden euch in Ruhe. Bastian? Als ich euch das letzte Mal sah, trug dir noch Windeln. Ich wusste nicht einmal, dass ihr noch lebt. Ich habe eben erst erfahren, dass ihr noch lebt. Hätte ich es nur früher gewusst. Ihr ähnelt eurem Vater so sehr. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht an ihn erinnern, oder? Leider nicht. Auch nicht an euch, Clarene. Ich würde... Ich würde gern nachholen, was mir entgangen ist. Ich auch. Oh, ich habe so viele Fragen. Wusstet ihr, dass ihr eine Nichte und einen Neffen habt? Ich würde sie gern kennenlernen. Und ich habe auch viele Fragen an euch. Doch lasst mich zuerst mit meiner Freundin hier sprechen. Hat das einen Grund, weshalb die sich nicht angucken dürfen, wenn die miteinander sprechen, oder? Clarene ist natürlich eine Fremde für mich. Doch ein Teil von mir empfindet so, als würde ich sie irgendwie schon kennen. Sie meinte, ich sehe meinem... Unserem... Vater ähnlich. Darüber habe ich oft nachgedacht. Sie scheint ebenso erfreut zu sein, euch zu finden, wie ihr es seid, sie zu finden. In der Tat. Ich muss gestehen, ich machte mir ein wenig Sorgen, dass sie mir vielleicht nicht allzu viel zu sagen hätte. Schließlich ist sie eine Gräfin und wir sind Fremde. Clarene scheint aber freundlich zu sein. Ich mag sie jetzt schon. Es fühlt sich gut an. Sie scheint ganz gewiss bereit zu sein, euch wie ein Familienmitglied zu behandeln. Was etwas ist, was die Sylvels niemals tun konnten. Sie hat ein gutes Herz, glaube ich. Es ist seltsam. Ich habe die Sylvels verlassen, weil ich mir meinen eigenen Platz in der Welt suchen wollte. Eine Familie zu entdecken, die ich für verloren hielt? Das verwurzelt einen wirklich. Sozusagen. Wollt ihr in Weges Rubaiya bleiben? Noch nicht. Im Augenblick möchte ich noch Reisen und Abenteuer erleben. Teil der Familie meiner Schwester zu sein, ist etwas, was sich mit der Zeit ergeben wird. Hab Dank, dass ihr dies bis zum Ende mit mir durchgestanden habt. Ich glaube, ich würde mich lieber einem Dutzend Drachen stellen, als den Geistern der Vergangenheit. Ja, und ich gehe davon aus, dass das die letzte Quest ist, wobei theoretisch könnte noch eine kommen. Mir hat man gesagt, dass man den Bastian erst fürs Haus bekommt, wenn man die letzte Quest gemacht hat. Aber ich denke mal, dass wir noch eine haben werden. Ich bin echt gespannt. Wenn ja, werdet ihr natürlich mit dabei sein. Gewissenhafte und standfeste Helden wie Bastian Hallix brauchen trotzdem Zeit, um etwas abzuschalten. Sein ritterlicher Charme erhält garantiert jeden Raum. Habt ihr Bastian in euer Heim gebracht, könnt ihr ihn auf einen Pfad schicken und ihr sowie eure Besucher können mit ihm sprechen. Ja, wir haben einen neuen Hausgast und das quasi für umsonst. Wir mussten nur das Kapitel Blackwood kaufen, damit wir ihn freischalten konnten. Ich bin happy, happy, happy. Der kommt auf jeden Fall schon mal in mein Strandhaus. Ich komme gerade nicht drauf, wie das Haus heißt. Das mit dieser riesigen Insel auf jeden Fall. Ja, cool, cool, cool. Wir gucken auch mal eben kurz. Ich weiß, du, Clarene. Hallo? Seid ihr in Ordnung? Clarene, ich war krank vor Sorge. Den acht sei Dank seid ihr wohl auf. Die dürfen sich auch nicht angucken. Alles ist gut, Elmond. Die von euch geschickten Helden hatten Erfolg und ich habe euch etwas Außergewöhnliches zu erzählen. Ich weiß, meine Liebe. Heute kann ein altes Unrecht wieder gut gemacht werden. Ich fürchtete um euer Leben. Ich hätte euch von Bastian erzählen sollen. Doch ich werde mir euer beider Vergebung verdienen. Das verspreche ich. Also er scheint blind geworden zu sein in der Zeit, bis er wieder nach hier gekommen ist, weil er jetzt mit den, ja, übrig gebliebenen Resten von irgendeinem Krieger redet. Sie scheint sauer auf ihn zu sein, weil sie sehr großen Abstand hält. Und Bastian kann das alles nicht ertragen. Er dreht allen den Rücken zu. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das hier für ein Chaos ist. Aber es ist schon ein wenig seltsam, wie ich finde. Aber ich freue mich unheimlich. Das große Topalversteck ist übrigens die Insel, die ich eben gemeint habe. Ich freue mich unheimlich, dass wir Bastian jetzt endlich, ja, quasi als Sachgut, als Einrichtung für unser Haus freigeschaltet haben. Und bin wirklich gespannt, ob es noch eine Quest gibt und wenn ja, was dann in der Quest vorkommt. Ich werde die dann wahrscheinlich auch mit der Main weitermachen. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich die erste mit der Main oder mit meinem Charakter Alpha-Würfeln gemacht habe. Also mit meinem Let's Cade-Char. Ja, habe ich vergessen. Wenn ich mit Bastian irgendwann übrigens soweit durch bin und der voll ausgelevelt ist und so weiter, werde ich mich natürlich an Miri ransetzen. Und dementsprechend dann auch die Quests mit ihr aufnehmen und entsprechend Miri fürs Housing freischalten. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir, beziehungsweise wie die Story hier weitergegangen ist. Und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.